Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Das hier ist Mardin! Sie sind ein Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner hat mir verlogen! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behigert. Es hat mit denen nur ein Speckpicken-Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verrückt! Verrückt! Ich bin ein Befehl, das ist ein Befehl, das ist ein Befehl! Ich bin ein Befehl! Verrückt! Ich bin ein Trashman. F***, das ist so BANG! Musik Buh-Buh-Buh-Buh! Buh-Buh-Buh! Buh-Buh! 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 Buh-Buh!